Ja, hallo, ich bin Schatzkampfschatz, heute mit einem neuen Video und zwar heute gibt es eine neue Folge und zwar ich nehme an einen Skin-Contest teil und guckt mal bitte, welche geile Kombination ich mir hier zusammengestellt habe. Okay, gut, der Hängegleiter passt jetzt nicht unbedingt, aber das ist auch nicht das Wichtigste, weil der Hängegleiter wird eh nicht bewertet, aber boom, Leute, guckt euch mal hier bitte meine Kombination an. Ich finde, das sieht ultra nice aus, ich finde auch, das ist ein Kombi, die man so lange nicht gesehen hat und ich werde mir jetzt hier, ja, drop, 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 Ehre, 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 nehme ich die Benzinkanister, Leute, die brauche ich für meine Story. Ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, mit dieser Skin-Kombination und mit meiner, ja, mit meiner Geschichte und Story, die ich auch erzählen werde, das wird zu wild, da habe ich schon gewonnen, da können die anderen eigentlich direkt rausgehen. Ich habe auch den Leuten einige Tipps gegeben, wo ich meinen Skin-Contest zusammengestellt habe, mal gucken, ob die das so ein bisschen beherzigt haben. Also ich muss sagen, Leute, wir haben hier einige krasse Skits dabei, besonders hier, Alter, den Black Panther-Skin, ich glaube, der wird auch safe weiterkommen, ah, obwohl der hat Z-Backbling, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig werden, aber so im Allgemeinen, guck mal hier den Skin, Leute, der ist auch so geil mit dem Backbling. Das feiere ich extrem. Hier noch den schönen Käpt'n-Blau-Mütze-OG-Skin, ich finde den auch ganz nice, halt den Feuer-Skin, den Feuer-Bösewicht hier, sehr, sehr nice. Auch, oh mein Gott, hier, also ich muss sagen, sieht ganz nice aus, ich finde aber meine Skin-Kombi, die ich habe, guckt euch mal mit der Pickaxe an, wie krass wild das aussieht. Oh, auch nicht schlechte Kombi hier. Auch Travis, oh mein Gott, sieht man halt auch selten, ne? Ich bin wirklich gespannt, ich bin gehyped, wie weit wir kommen werden und ob es hier auch hart bewerten wird, mal gucken. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Skin-Contest. Wir sind hier heute am Start mit ganz vielen unterschiedlichen, coolen, seltenen Skins. Stani ist auch irgendwo drinnen versteckt, Dave Knight auch, ich weiß auch nicht, ob Trinan dabei ist, müssen wir mal gucken. Aber ich weiß wirklich nicht, wer wer ist und mein Chat hat sich komplett hier benommen. Also jeder, der hier schreibt, ist gescriptet oder sonst was, soll sich verpissen, denn hier ist bei uns alles legitim. Ich weiß wirklich nicht, wer wer ist. Ich werde wie immer fair bewerten und deshalb, lasst ein Like da, wir starten mit dem Skin-Contest. Der erste kommt hier rein. So, wir haben hier direkt den Kürbiskopf, habe ich lange nicht mehr gesehen, war hier natürlich hier am Halloween. Perfekt am Start, ich habe den Skin selber übertrieben gefeiert. Ich kaufe mir nicht so viele Skins, aber den Skin habe ich mir direkt gekauft, weil ich den übertrieben feiere. Schwitzhack ist cool ausgewählt, Backblink vom Fish, vom Agent Fish ist auch mega nice. Deshalb bist du für mich erstmal in der ersten Runde weiter. Dann kommt der nächste Skin. Okay, diesen Skin habe ich ja übertrieben lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Skin überhaupt schon mal gab, gefühlt im Shop. Habe ich noch nie gesehen, deshalb für mich direkt ein Pluspunkt. Du bist weiter, aber lass mich dich trotzdem nochmal analysieren, Bro. Die Schwitzhack ist auch mega cool. Backblink ist auch übertrieben nice. Ich glaube, das ist das Backblink vom Marvel-Set. Ich bin mir gerade nicht sicher von der Heldin. Aber du bist auf jeden Fall weiter. Die durche ich, deshalb du bist für mich auf jeden Fall weiter. Wollte mich verarschen. Plötzlich sehen wir Skins hier, die ich übertrieben lange nicht mehr gesehen habe. Übertrieben cooler Skin. Spitzhack ist auch mega nice. Backblink auch cool. Du bist weiter. Nächster Skin. Der 3D-Skin. Ich habe den Skin damals gefeiert, aber die Spitzhack finde ich echt kack ausgewählt. Deshalb bist du leider für mich draußen. Backblink ist auch nicht so cool ausgewählt. Skin ist an sich nice, aber die Kombination habe ich gar nicht gefühlt. Der nächste Skin bitte. Oha. Krass. Spitzhack ist cool. Backblink ist auch vom Predator-Skin. Der Skin selber ist, glaube ich, von nicht Walking Dead, sondern das war von The Stranger's Things, glaube ich. Und deshalb habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Du bist auf jeden Fall weiter. Der nächste bitte. Ey, sag mir nicht, dass das Stani ist. Stani hat auf jeden Fall einmal mit diesem Skin hier bei uns im Skin-Contest gewonnen gehabt. Aber den Skin hat man auch lange nicht mehr gesehen. Für mich bist du trotzdem auf der Kippe. Spitzhack ist cool. Backblink auch cool. Aber den Skin habe ich halt... Was heißt neulich? Aber den Skin habe ich halt damals gesehen, als Stani diesen Skin-Contest gewonnen hat. Und wenn Stani der sein sollte, finde ich das mega lame. Du bist weiter. Aber trotzdem für mich auf der Kippe. Scheiße, Leute. Wie er so tut, Digga. Scheiße, Leute. Scheiße. Ich merke gerade, das Niveau ist heute auf einem ganz anderen Level. Eigentlich bin ich knallhart, aber ich kann die hier nicht rauskicken. Allein die Spitzhack ist übertrieben geil. Backblink auch mega cool vom Dino-Set. Skin ist auch richtig heftig. Übertrieben geile Giftgrüne Akzente hier. Du bist weiter. Digga. Was ist das für ein Skin-Contest? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Jeder einzelne Skin, der hier rauskommt, hat man fünf Jahre nicht mal gesehen. Ja, weil ich die Leute Tipps gegeben habe. Ist das euer Kack? Ernst, Mann. Banane heftig. Spitzhack ist auch geil. Skin selber. Keine Ahnung, wann der Skin jemals mal draußen war. Kann sein, dass es ein Stil von irgendwo ist. Weiß ich nicht. Du bist auf jeden Fall weiter. Nächster, bitte. Ja, da müssen wir nicht großartig reden. Ich finde dich cool, aber das Niveau, was wir gerade da oben haben, Bro. Sag ich dir ehrlich. Spitzhack ist cool. Backblink ist auch cool. Aber du bist halt Iconic Skin auf Wish bestellt. Sieht man relativ oft in den Runden. Gute Kombination, muss man sagen. Aber das Niveau, was wir da oben haben, muss man wirklich sagen. Ey, da kannst du leider nicht mithalten mit so einem Skin, den man oft sieht. Das gleiche gilt auch für den Katzenskin. Süßer, cooler Skin, den man lange nicht gesehen hat. Spitzhack ist okay. Backblink ist auch okay. Aber das reicht leider nicht im Vergleich zu denen, die wir da weitergelassen haben. Nächster, bitte. Okay, der Astrojack Skin haben wir in meinem letzten Skin Contest leider gesehen. Spitzhack ist cool. Backblink finde ich jetzt nicht so übertrieben krass. Und deshalb bist du für mich raus. Eigentlich weißt du weiter, aber da das Niveau, wie gesagt, zu krass ist da oben, bist du für mich raus. Okay, Leute. Essie hat gerade schon gesagt, dass er das Niveau sehr, sehr heftig von diesem Skin Contest findet. Weil ich habe die Leute auch damals so ein bisschen gesagt, was gut ankommt, was nicht gut ankommt im Skin Contest. Und deswegen glaube ich, dass ich das hier ziemlich schwer haben werde. Ich bin mal gespannt. Mal gucken. Nächster. Oha, Skorpionskin. Backblink finde ich jetzt nicht so übertrieben cool, obwohl das irgendwie passt. Spitzhack ist auch okay. Aber, Bro, du bist für mich übertrieben auf der Kippe. Wirklich. Übertrieben auf der Kippe. Du bist weiter aber. Aber so dieses einfach 1% und du bist tot. Was ist das für ein Backblink? Spitzhack ist cool. Backblink ist auch cool. Das ist einfach so ein LKW-Fahrerskin. Ist okay. Ich bin jetzt nicht so übertrieben davon überzeugt. Aber reicht auf jeden Fall, weil man den Skin auch nicht so oft sieht. Du bist weiter. Freut ihr mich alle verarschen? Was sind das für Skins, die man so übertrieben lange nicht mehr gesehen hat? Spitzhack ist cool. Backblink ist auch nice. Du bist auf jeden Fall weiter. Das gleiche geht natürlich für Kitty Cat. Den anderen habe ich rausgenommen. Die muss ich leider auch rausnehmen. Die finde ich aber tatsächlich sogar cooler als der andere. Hör mal auf, Stein. Du wirst nicht so ein Skin nehmen. Also hör auf, die Leute zu veräppeln. Die Wikinger-Göre. Spitzhack ist cool. Backblink ist auch cool. Ja, bist für mich trotzdem auf Kippe, weil ich dich das ein oder andere Mal schon mal gesehen habe. Nächster. Krampus. Backblink ist nicht so nice. Spitzhack ist auch nicht so cool. Ist leider für mich draußen. Schade. Ich würde es feiern, wenn das Stani wäre. Ich gönne es dir jeden außer Stani. Okay, Leute. Jetzt sind wieder ich dran. Wir müssen uns konzentrieren. Jetzt keinen Scheiß machen. Aber ich denke mal, erste Runde werden wir safe weiterkommen. Also wenn nicht, dann gehe ich verkaufen. Chicken Wing. Chicken Wing. Hotdog and Baloney. Backblink ist nice. Spitzhack ist auch nice. Wir müssen uns beeilen. Ich lasse dich weiter, Bro. Nächster. 8-Ball-Kugel. Backblink finde ich nicht so nice, Bro. Spitzhack ist auch nicht so cool. Deshalb bist du für mich draußen. Ach, die Giftgrüne Agent-Chöre von Team Shadow war das. Spitzhack ist cool. Backblink ist auch cool. Aber für mich ein Skin, den man ab und zu mal gesehen hat im Skin Contest. Deshalb bist du auch für mich kippe. Trotzdem weiter. Die, die für mich kippe sind, die sind in der nächsten Runde tot, wenn die hier gleich nicht punkten. Oha, was ist das denn für ein Skin? Auch übertrieben lange nicht mal gesehen. Keine Ahnung, wann der mal im Shop war. Die Spitzhack ist mega cool. Bleibt mal stehen, Kollege. Was ist das für ein Backblink? Was ist das überhaupt für ein Muster? Heftig. Keine Ahnung, wo das Backblink ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Der Nächste, du bist auf jeden Fall weiter. Let's go! Ich hab doch gesagt, das Backblink schockt, Leute. So soll es sein, Leute. Ich bin mir auch sicher, dass wir mit den nächsten Emotes und mit der nächsten Story punkten können. Ja, das Backblink passt auch einfach unnormal zu dem Skin. Bei dem Backblink ist halt das Geile, weil das halt ein Style ist. Den haben halt sehr, sehr wenig Leute auf dem Schirm. Das ist halt so ein bisschen das Besondere. Fühle ich. Der Halo-Skin. Spitzhack ist cool. Backblink ist auch cool. Aber Halo-Skin. Obwohl du selten bist, muss man sagen, Epic Den. Obwohl du selten bist, trotzdem, das Niveau reicht leider nicht. Hier, Fräulein Stormy. Stormy auch ein cooler Skin. Falle ich an sich übertrieben. Spitzhack ist cool. Backblink ist das Einzige, was dich rettet. Eigentlich wärst du für mich draußen, aber dein Backblink, keine Ahnung, wo das ist. Das rettete ich so hart. Trotzdem bist du damit auf der Kippe. Ähm, Rollstuhlfahrerin. Für mich mit Backblink und Spitzhack auch nicht so übertrieben. Besonders Farben passen optisch mega gut. Muss man natürlich sagen. Aber das Niveau ist zu krass. Die Skins, die wir da oben haben, das sind Skins, die man einfach noch nirgendwo gefühlt gesehen hat. Nächster, die Detektiven. Spitzhack cool. Backblink cool. Aber nicht zu cool. Deshalb bist du raus. Nächster, der PS-Skin, Exklusiv-Skin. Cooler Skin haben wir aber schon zu oft gesehen. Ich hab geile Skins weitergelassen. Ich hab vier Skins weitergelassen. Und den Skin muss ich aber leider rausnehmen, weil er sieht nicht so cool aus. Backblink, also optisch gesehen mega cool. Aber Spitzhack und Backblink sieht man halt so oft im Skin-Contest. Sobald irgendeiner ein bisschen LED hat, nehmen gefühlt alle. Schade, Sophie. Aber den Skin hab ich halt auch schon so oft im Skin-Contest gesehen. Guck mal, Leute. Hier, den Skin hab ich vorher, wo ich meinen Skin erstellt hab, hab ich gesagt, das ist ein geiler Skin. Safe weitergekommen. Das ist ein geiler Skin, hab ich gesagt. Safe weitergekommen. Das ist ein geiler Skin, Safe weitergekommen. Das sind hier alles Kombinations. Der hier ist zwar knapp weitergekommen, aber auch weitergekommen. Der hier auch. Alles Kombinations, die ich vorher gesagt habe, dass die geil aussehen, dass die Chancen haben, weiterzukommen. Das ist echt sehr, sehr krass. Auch der hier, muss ich sagen, sehr, sehr cooler Skin. Lang nicht gesehen. Coole Kombination. Ja, ich glaub, das wird noch sehr, sehr hart, Alter. Ich bin gespannt, was die für Story drauf haben. Oha. Da kommen wir mal wieder ein bisschen näher. Das feiere ich gerade. Spitzhack ist cool. Backblink ist auch cool. Diesen Skin an sich würde ich übertrieben feiern, aber haben wir sogar letzte Woche auch gesehen. Deshalb ist das für mich kein riesen Pulspunkt. Trotzdem reicht das für die Runde. Bist trotzdem auf der Kippe. Der Stani Skin, Backblink ist okay. Spitzhack ist auch okay. Das Problem ist bei dem Skin, der Skin hat einfach letzte Runde, letztes Mal bei mir im Skin Contest gewonnen. Deshalb bist du jetzt leider draußen. Nächster bitte. Ach, Kollege. Du musst mir doch eigentlich helfen, Digga. Du bist doch der Helfer, oder nicht? Bist du erst mein Helfer? Ich muss mal kurz Tomate schmeißen. Ist das Jonas? Nee, es ist nicht Jonas. Jonas ist einfach derjenige, der diesen Skin prägt. Und deshalb für mich ein Skin, den man überall sieht. Nichts besonderes, Weakness. Tut mir wirklich leid. Aber unser Jonas hier, unser Helfer, der nimmt immer diesen Skin. Und von der müssen wir erst recht nicht reden, ja? Das ist ein Bot einfach, der hier im Spiel so oft als Bot rumrennt. Also jetzt nicht persönlich gemeint, sondern im Spiel rennt der Würch als Bot rum. Und deshalb sieht man ihn an jeder Ecke. Wir haben hier, ähm, unseren Herr Lama. 3D-Skin, Spitzhack ist okay. Backbling ist auch okay. Aber reicht leider nicht im Vergleich zu den anderen. Der Nächste bitte. Von dir müssen wir echt leider nicht reden. Der Nächste. Du hast leider... Oh, du hast leider einfach... Was war das gerade? Warum hast du eine Spitzhack in deiner... In einem Dingens in deiner Hand? Warum hast du einfach einen Skitrank in deiner Hand? Kommt mal alle in die nächste Zone. So, 17 Kandidaten haben wir. 17 Kandidaten, die es in die nächste Runde geschafft haben. Mega nice. Davon waren echt heftige Skins dabei. Muss man an der Stelle sagen. Und ich bin echt gespannt, wie ihr in der nächsten Runde überleben werdet. Ich sag euch ehrlich, das Niveau, was wir heute haben, ist auf einem ganz anderen Level. Hatten wir lange nicht mehr. Das ist so viele Skins. Eine Handvoll sogar. Einfach noch nie gefühlt gesehen habt. Sue sagt, stellt euch alle hinter dieser Tür. Hinter dieser Steintür. Keine anderen Türen will ich sehen. Nur diese eine Tür. Die, die schon da sind, können hier punkten, indem die jetzt schon mal ein Emoji machen. Bitte reinkommen und Emoji machen. Ja, easy win. Weiter. Na, ist okay. Ist cool. Weiter. Bro, was ist denn das, Digga? Das fahre ich gar nicht. Pass halt zu deinem Backlink, weil du vielleicht irgendwie LKW-Fahrer damit demonstrieren willst. Weil du selber hier als Rocket League-Fahrer quasi rumfährst. Ja, das passt übertrieben krass optisch gesehen. Passt perfekt. Nächster. Ja, Mann. Das passt ja übertrieben heftig. Oh mein Gott. Was ist das für ein Emoji? Du bist auf jeden Fall weiter. Easy, Leute. Das war mir klar gewesen, dass wir mit dem Emoji weiterkommen. Das war Free Win. Free Round Win. Geil, Digga. Geil, 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 Leute. Ich hätte gedacht, Black Panther kommt weiter, Ice Monkey. Seid ich dir ehrlich. Fand ich eigentlich geil, den Skin. Wundert mich, dass der nicht weitergekommen ist. Nee, Mann. Freundchen, das passt doch gar nicht. Ich habe leider keinen Moon, Leute. Deshalb dauert das gerade. MBK, mein guter. Es tut mir leid. Handschellen. Ach, schwierig, Bro. Du warst für mich eh auf der Kippe. Passt natürlich zu deinem Skin, aber du warst eh für mich auf der Kippe. Hühnchenkopf. Bei dir hätte ich was anderes gewollt. Wirklich. Einer meiner Favoriten. Übertrieben cool. Weiter. Stormy, du bist wirklich auf der Kippe. Es passt, aber wir sind im Late Game. Es hätte was Heftiges herkommen müssen. Was übertrieben Heftiges. Kaltes Herz. Passt auch, aber du warst auch bei mir auf der Kippe. Die, die auf der Kippe waren, wenn da jetzt nichts Heftiges gekommen ist, die sind draußen. Was mich einfach vom Hocker reißt. Das sieht man halt auch nochmal. Das passt optisch gut, aber du warst für mich auch auf der Kippe. Ja, das ist krass. Das hat man lange nicht mehr gesehen. Du bist weiter? Obwohl du auch ein Kippe-Kandidat für mich warst? Sorry. Fühle ich nicht. Fühle ich einfach gar nicht. Der Letzte, bitte. Boah, das ist nice. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Okay, Freunde. Nächster, bitte. Damit hat sich Stani gerade verraten, dass er nicht auf jeden Fall der Letzte schon mal war. Ich habe eine Vermutung. Okay, zeig mal. Weil wir wissen, Leute, Stani ist jemand, der hat alle Skins und alle Emojis. Es gab gerade zwei, drei Skins. Wir machen das gleich. Stellt euch erstmal alle an die Wand auf. Hier in der Zone. Okay, sag mal, wie du vermutet, wer ich bin. Erstmal meine Favoriten. Erstmal würde ich meine Favoriten. Einer von euch wird leider drauf gehen, der meiner Meinung nach nicht in diese Reihe reinpasst. Einer von euch wird leider drauf gehen. Stellt euch schnell an. Jetzt wird nochmal einer dran glauben müssen und dann kommen wir zu den Storys. Meine Favoriten. Einmal bitte einen Schritt nach vorne kommen. Was war das? Was war das, Bro? Ich werde alles bestrafen. Ich habe hier nicht gesagt, dass du ein Spray machen sollst. Also meine Favoriten. Zum Glück warst du nicht einer meiner Favoriten. Nummer 1, beziehungsweise ich werde keine Nummer 1 sagen. Ich sage einfach die drei Favoriten. Hier, der hier. Du bist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Du bist einer meiner Favoriten. Und du bist einer meiner Favoriten. Die müsste man eigentlich auch reinpacken. Die würde ich auch reinpacken. Die vier. Die vier rechts sind meine Favoriten. Und einer davon punktet übertrieben krass. Zwei davon punkten übertrieben krass. Aber jetzt muss einer von euch dran glauben. Das heißt, die vier werden nicht dran glauben. Aber einer von euch drei. Und ich entscheide mich für den Kollegen hier. Weil er einfach im letzten Skin Contest schon dabei war. Sorry, Bro. Okay, Freunde. Ihr seid jetzt im Finale angekommen. Beziehungsweise im Halbfinale. Macht jetzt eine Story. Wir sind wirklich gut in der Zeit. Die sechs übertrieben krasse Skins, die wir hier haben. Das Niveau ist auf einem ganz anderen Level, Leute. Finde ich echt geil. Und ich glaube, es wird ein richtig spannendes Ende. Okay, Leute. Jetzt sind wir gleich mit der Story dran. Und glaubt ihr, die Story wird krass werden. Ich glaube, mit der Story werden wir es safe locker schaffen. Wir haben unseren Orange-Kaktus-Pumpkin-Typ. Warum sag ich Kaktus? Das ist ein Pumpkin, kein Kaktus. Der hat hier ein Hai gesprayt auf der Wand und einen Fisch mit Gräten. Was willst du damit aber sagen? Er kann sich nicht entscheiden. Links oder rechts. Ist das deine Story gewesen, Bro? Wenn ja, duft dich. Und dann kommt die Bombe. Er droppt die Bombe. Der Hai explodiert oder was? Ach, er will damit sagen, dieser Hai wird hier zum Fisch. Also die Gräten hier vom Fisch. Ist das die Story? Es passt aber halt null zu deinem Skin, weißt du? Du bist so ein böser, düsterer Halloween-Skin. Es hat halt irgendwie null gepasst. Auch von den Farben nicht. Und deshalb musste ich dich leider töten. Ähm, wir gehen mal weiter zum nächsten. Die, die natürlich nicht zu meinen Favoriten gehören, die werde ich natürlich knallhart bewerten. Weil da muss jetzt was Heftiges kommen. Oder ihr seid draußen. Okay, er salutiert vor dem Band. Vor Jonacy. Ach, er ist quasi der Verbündete mit Jonacy. Und der Agent, der 8-Ball-Typ. Das ist der Gegner, oder was? War das die ganze Story? Von 200 Meter hast du den gekillt, oder was? War das die ganze Story? Und jetzt möchtest du für irgendwas vorrappen? Bist du jetzt Rapper, oder was? Bist du Balotelli, oder was? Keine Ahnung, Bro. Ich meine, Kämpfer-Stories haben wir schon so oft gesehen. Und auch das Ende hat mir gar nicht gefallen. Cooler Skin war das auf jeden Fall von der Optik her. Aber trotzdem nicht zu meinen Favoriten gezählt. Okay, der Nächste. Ihr könnt in der Zone nochmal weiterbauen. Wir haben noch genug Zeit. Zeig mal deine Story. Hot Dog. Er sprayt Lofty auf den Boden hin. Noch ein Lofty. Noch ein Lofty. Geh mal hier raus. Er macht quasi Hot Dogs. Hinten die Bananen. Passt quasi zu seiner Story. Er ist vielleicht einfach so ein Grillbrater-Typ. Aber okay. War jetzt okay. War nicht so übertrieben krass besonders. Du bist der Nächste. Zeig mal. Wir sind noch in der Zone und haben genug Zeit. Er hat Benzin dahingeschmissen. Ist er einfach Meister des Bombenlegens oder was? Und am Ende noch ein... Oh mein Gott. Man sieht einfach, er basiert... Seine Story basiert komplett auf Feuer und Explosion. Erinnert mich an damals den Bomberman-Typen. War cool, war cool. Keine Frage. Aber das ging mir gerade ein bisschen zu schnell. Hättest du ein bisschen vielleicht gewartet. Trotzdem, das ist kein Minuspunkt für dich. Kann ja nicht jeder so ein Rentner sein wie Esty, Leute, der nichts mitkriegt. Bro, er ist der übelste Rentner. Der Nächste. Die Story hatten wir schon mal, Bro. Die Story hatten wir halt schon mal. Du machst dir einen Tee und dann packst du Salz rein oder Zucker. Keine Ahnung. Die Story hatten wir. Der Nächste. Okay, Leute. Wir sind auf jeden Fall im Finale. Geil, Digga. Den werden wir fertig machen. Du hast keine Chance, Bro. Ich hab noch so heftige Emotes. Da kannst du einpacken. Da kannst du einpacken, Bro. Du hast Zeit. Lasst euch Zeit. Macht nicht so übertrieben schnell. So, dass wir alles mitbekommen. Und keine Angst, ich töte euch nicht. Okay, sie ist im Dschungel. Sie ist vielleicht wirklich im Dschungel. Sie fährt hier rum, hat einen Papagei gefunden. Links sind Bienen. Sie füttert den Papagei. Der Skin punktet halt optisch so übertrieben krass. Muss man an der Stelle sagen. Und was macht sie dort? Sie füttert ihre Bienen. Links ist auch nochmal was. Wir müssen uns beeilen, Bro. Wir müssen raus. Herr Lama ist auch dort hinten. Du hast wirklich eine lange Story gemacht. Fand ich auch optisch gesehen mega cool. Und deshalb bist du auch für mich weiter. Wir haben jetzt noch drei Kandidaten, Freunde. Das ist ein geiles Finale. Wirklich. Meine drei Finalisten sind hier übertrieben gut. Und ich kann mich gerade echt nicht entscheiden, weil alle eigentlich eine gute Story gehabt haben. Was denkst du, wer ich bin? Ich sag dir ehrlich, ich glaube, du bist da in der Mitte. Sag ich dir ganz ehrlich. Entweder bist du der oder der hier. Bei dem glaube ich nicht, dass du da bist. Okay, Freunde. Wir sind jetzt im Finale mit drei Leuten. Ich möchte jetzt, dass jeder von euch einen Tanz macht. Ich werde jetzt Punkte geben. Keine Angst. Keiner von euch wird jetzt sterben. Der mit den meisten Punkten wird raus katapultiert in die nächste Runde. Okay, von diesen drei Emotes fand ich die zwei rechts am besten. Du bist leider gerade im Minuspunkt. Oder eher gesagt, du hast hier einen Punkt. Ein Punkt, null Punkt. Nächstes Emoji bitte. Geil, feiere ich. Auch übertrieben cool. Hier bist du auch leider wirklich nicht mit dabei, weil die machen krasse Emotes. Weißt du, krasse Emotes. Da kannst du leider bis jetzt noch nicht nachlegen. Der nächste bitte. Oder die nächsten Emotes. Und der Nummer drei. Hier finde ich sie rechts übertrieben krass. Und leider katapultierst du dich mit dem Emote nach komplett draußen, weil du nicht der Winner bist. So, Freunde. Jetzt möchte ich bitte einen Spray sehen. Wir sind wirklich im Finale angekommen. Und Stani ist anscheinend wirklich dabei. Krass. Ja, Stani ist 100% der Rechte. 100%. Allein wegen seinem Backbring. Keine Ahnung, wo der Backbring her ist. Hammerspray. Übertrieben Hammerspray. Auch dieser Drachenspray ist mega nice. Beide cool. Beide ein Punkt. Noch ein Emoji will ich sehen. Schneckenemote. Passt halt zu dem Skin so im Dschungel. Sie hat eine Schnecke gefunden. Richtig cool. Komm mal rein. Komm mal rein. Du verrägst gleich. Guck, das hat jetzt mal gar nicht gepasst. Wir gucken jetzt, wer wer ist. Alarm. Das hat jetzt gepasst. Keine Ahnung, ob du das verkackt hast. Zählt, passt auch mega cool. Wir gucken jetzt. Leute, ich sag 100% rechts ist Stani. Ich bin mir eigentlich sicher. Stani 100% west, aber links. Ihr seid beide übertrieben. Krass. Dave Knight und Stani. Ich sag euch ehrlich. Ihr beide seid krass. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde sagen, an der Stelle bewertet die Community. Wen würdet ihr weiterlassen? Ich finde beide unnormal gut. Und beide hatten eine richtig geile Story. Und hatten beide eine richtig coole Skin-Kombination. Für mich sind beide hier der Sieger. Aber wir werden jetzt die Community beschreiben lassen. Oh mein Gott. Zum Schluss habe ich auch noch übertrieben. Ich habe gerade nicht den E-Mail-Log gefunden. Ja, Pug für mich hat alles gerade eigentlich kaputt gemacht. Ja, den wollte ich gar nicht werfen. Aber Dave Knight war auch unnormal. Den wollte ich gar nicht werfen. Ja, dein Pug hat alles kaputt gemacht. Ja, trotzdem, Leute. Seid wirklich fair. Dave Knight. Ich sag euch ehrlich. Dave Knight war unnormal gut. Stani war auch unnormal gut. Komplett neutral bewertet. Ich habe euch gesagt. Ich gönne es jeden außer Stani. Aber komplett neutral bewertet. Haben die beide das wirklich gut gemacht. Muss man an der Stelle sagen. Die hatten beide Skins, die man lange nicht gesehen hat. Beide gute Kombinationen. Allein dein Backbring. Keine Ahnung, wo dein Backbring her war, Stani. Das war von dem Shugong-Skin da. Diesen Samurai-Kämpfer da. Diesen einen. Zweite Style. Dieser Feuer-Style. Kennst du. Kennst du selbst. Heftig. So, Leute. Das war's gewesen. Checkt Essie aus. Tschö, bitte.